So, letzte Aufnahme für heute. Ich bin irgendwie ein bisschen froh, weil irgendwie reicht es doch. Bäm. Richtig hart gegeben. Oh nein, da waren noch so viele Leuchtsteine, ich Idiot. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie weit ich eigentlich in der Stadt gespielt habe, aber ich glaube, das habe ich schon nicht mehr hier gespielt. Das kommt mir so unbekannt vor. Du, mit deiner China-Produktion von Panzer. Äh. Ach, geil. Haus kaputt. Ach, nur die mit den Rissen hier gehen kaputt, oder was? Oh, Maschine. Sonst noch irgendwo ein Haus mit Rissen? Ne. Wer wohnt denn in einem Haus mit Rissen, bitte? Das geht ja gar nicht. Ja. Ok. Okay. Das war's. Boah! Da sind ja Bombennachrichten da. Ah, hier geht's weiter. Wo geht's hier hin? Ah. Maschine. Und wieder weg. So läuft das. Gott, was für Straßen. Alter! Gut, das war extra. Ich wollte mich umbringen lassen, aber alter, was der für Damage macht. Habt ihr das gesehen? Habe ich so eine große Weichweite? Haus kaputt. Haffe tot. Alter, das Sägeblatt fliegt einfach irgendwo zurück in die Stadt. Schuss! Ach nee. Oh, come on. Ah! Fast! Es wird Zeit für Special Effects. Alter, ich bin eingeklemmt! Fick doch die Wand an, ey. Es ist doch unglaublich. Es ist unglaublich! Der Fall ist eine Erweiterung. Der Fall ist eine Erweiterung. Die Erweiterung ist schon zu spüren. Die Erweiterung ist gewiss. Deine Erweiterung ist nicht zu, wie es sich keine Erweiterung ist. Bomben, jetzt aber. Da. Vor lauter Wut muss ich erstmal das Haus kaputt machen. Oh. Dann halt so. Alles gut. Gut. Ich hab mich schon gefragt, wann du auftauchen würdest. Bist du Gondaha? Ja. Ich hab mich darauf gefreut, dich zu treffen, Neck. Du bist kein Mensch. Du arbeitest für sie. Warum? Tja. Ein Kobold bin ich auch nicht. Ah. Aber ich kann doch sehen, wie gern du Dinge zerstörst. Bei mir kannst du jede Menge davon haben. Schließ dich uns an. Wenn ich wachse, gehen Dinge kaputt. Ist einfach so. Aber was du tust, das ist böse. Dir anschließen? Niemals. Hm. Das sieht hier so ein bisschen aus wie bei Titanfall. Achso, ich muss da lang. Verstehe. Hm. Ah. Wir hüpfen nochmal ganz hoch. Na klar. Hey, mein Arm. Geil. Oh je. Na klar. Alter. Hier ist bestimmt irgendwo ein Special. Absolut gar nichts. Ich glaube, größer können wir nicht werden. Ich glaube, das ist unsere Maximalgröße. Alter, das sieht echt aus wie ein Monaco. Sehr geil gemacht. Gut, das Wasser. Die Welleneffekte sind jetzt nicht der Wahnsinn. Ganz ruhig. Ich bin kein Kobold. Ich bin keiner von denen. Was wollt ihr denn? Oh Mann, ich hasse das. Wenn du in die Ecke getrieben wirst. Du kommst da nicht mehr raus. Und stirbst dann einfach nur noch. Ich glaube, da spreche ich für alle Gamer. Das ist einfach behindert. Ach ja. Ganz ruhig, die werte Bürger. Das ist so veranlagt worden. Oh, du sollst weg von dem. Oh. 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 Ich hoffe, das Auto gehört niemandem. Naja, vier Leben habe ich auch nicht mehr. Das wird uns, glaube ich, noch zum Verhängnis. Ach, wie riesig wir sind. Jetzt sehe ich das erst richtig. An diese kleinen, ich sag mal, an die jetzt kleineren kann ich mich erinnern. Wir sind unglaublich groß. Das sah vorher so klein aus. Aber ich glaube, immer noch, dass wir größer, dass wir schon mal größer waren. Ha, da hat die PS4 geruckelt, ey. Ich glaube nicht, ne. Da ruckelt die PS4. Ey, die kaputt. Jawohl. Und die Bergstraße hoch. So. Komm her, Gefreiter. Ei, ei, ei. Ui. Ui. Kacke. Jetzt, ob mich das aufhalten würde. Oh. So. Hm. Die Rätsache essen. Ich habe aber schon ein bisschen Hunger. Ich hoffe, dass jetzt mal so eine Art Speicherpunkt kommt. Denn ich muss mal auch mal eine Aufnahmepause jetzt machen. Das ist ein guter Speicherpunkt. So. Äh. Oh. Ah, ne. Irgendwie fortsetzen. Ja. Gut. Egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Alter, der sieht so krank aus mittlerweile. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn ich es schaffe, wieder pünktlich aufzunehmen. Heute müsste es Samstag oder Sonntag sein. Ich weiß es nicht. Na gut. Bis morgen dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020